was auch was geht Leute, Overwatch Leute, was ist unten im Link, Leute, könnt ihr Billig Games für alle Konsolen kaufen, alle Plattformen ja Leute, ich bekomme ne kleine Provision, wenn ihr bei den Link kauft, juhu der Preis bleibt derselbe, der Preis ändert sich nicht, also ja Leute, hoffe ich, fällt es euch wen spielen wir jetzt? ich spiele die mal wow naja, mit dem Weg kann man da hoch naja, das wäre pappert OH KOMM SCHOON das passiert mir nicht, ich glaube mal hallo mein Mund hallo muss ich schreib mal hier oh shit beziehen sie Verteidigungsstellung jetzt hab ich die scheiß Scheibtaste jetzt hab ich die scheiß Scheibtaste wo ist Maike wo ist Maike sag's mir da ist der ich finde die auch aber du kannst fliegen wenn du Glück und wenn die dich nicht sehen bist du auch gut damit wenn du musst halt ne gute Pose finden ich habe immer davon geträumt, hier stationiert zu sein komm von dort die kommen von dort wo ist doch kacke, du kannst nirgendwo irgendwie... ey, was du gerade im rollenden Busch da gesehen hast da oben auch einer 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 also 3, 2, 1 2, 1 2, 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 ja nach 100 oben und von überall nicht schluck mal und gefällt euch das Video bei der Zeit für den Blablabla ein paar Obos wenn es gut geht wir bleiben wieder bei den das ist so bei meinen Kanal irgendwie so ich krieg mal Abos mal nicht wieder mal bleibe ich stehen da so eine gewisse Zeit und danach kommt so ein riesenfetter Boost aus der Decke nicht mehr die 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 Fähigkeit 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 Das merkt die mit mir so, aber Was ist denn da? Was ist denn da? Fähigkeit Ah, schade, 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 es ist gut gelaufen bei mir. Na ja, ich bin nicht gerade hochgekommen mit den Punkten, aber ich habe es geschafft. Ja, ist mir doch klar, dass unser Team uns braucht. Ah, da guckt man auch nicht gleich, ich zieh dich. Komm schon, das ist doch unglaublich. Irgendwann muss es doch ihr Leben geben, ich bin nicht verreckend von mir. Ja, ich bin nicht verreckend von mir, ich bin nicht verreckend von mir. Nein, 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 immer wieder, immer wieder dasselbe. Kommt, ey. Ich habe wenigstens Sau zu schaden. Ich habe sogar die Fähigkeit wieder und kriege keinen Kill damit wieder. Das ist so billig bei mir. Ich gebe mich sogar zu, das ist so scheiße. Na, hast du Angst vor, ne? Na komm, du kleine Piech. Wo ist die zweite, hä? Nein, 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 ey. Dieses Ding nervt mich auch sowas von. Das kriegt mich noch. Ich sehe da keinen, da kommt diese Fähigkeit von mir. Das ist auch gut. Oh Gott. Ich gehe einfach mal hier lang. Oh, was war das grad? Wie, wie, was? Nein, ich weiß, wie, wie habe ich so zwei Grad Kills gemacht, hä? Das passiert mir nicht noch mal. Halt dich, oh, 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 oh. Wenn ich jetzt Glück habe, treffe ich mal jemanden. Ich treffe es oder welcher, aber ich kriege keinen Kill. Oh Gott! Oh, okay! Da ist er. Das ist seine direkte Straft. Ok. Ja. Okay, ich kann nichts machen. Die Zeit läuft gegen unter den Gegnern. Wo eigentlich leben alles? Mit einem Knirrflick mit. Ah ja. Nein! Haben wir es geschafft! Baba! Baba! Wir haben es noch geschafft alle. Ich habe nicht mal... Diese Fähigkeit werde ich nie wieder nutzen. Ich werde denen das schon spielen. Ach und sorry. Diese Fähigkeit habe ich nicht. Manche können damit umgehen. Einfach richtig viele Kills. Und ich kann nichts damit. Bin ich dabei? Nein! Wieder mal nicht. Ich darf mit stimmen. Baaaaaah! Mensch, von der ist noch nicht, was ich gefahren hatte. Das war's. Gräbe ich in die Kiste ein. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.